Willkommen zurück zu einer neuen Projektvorstellung und ja Leute, wir wollen uns mal wieder ein neues Projekt anschauen, es geht dieses Mal, wie ihr schon im Titel oder Thumbnail gelesen habt, um Phantom, ein sehr interessantes Netzwerk, beziehungsweise eine sehr interessante Blockchain und dementsprechend wollen wir uns natürlich auch mal anschauen, was das Projekt macht, was sind die Key Facts, beziehungsweise die Zahlen zum Projekt und natürlich haben wir auch noch eine News, warum das Ganze jetzt in den letzten Wochen so abgegangen ist, beziehungsweise natürlich auch, warum es in den nächsten Wochen so abgehen wird und dann schauen wir uns natürlich nochmal sehr sehr ausführlich die Charts an, umzuschauen. Was kurzfristig, mittelfristig und langfristig gesehen das Preisziel für Phantom ist und in diesem Sinne würde ich sagen, schaltet nicht ab, bleibt bis zum Ende dran, falls es euch vielmehr gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abonema da und ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt rein. Und zwar wollen wir auch direkt mal anfangen, CoinMarketCap und uns hier mal die allgemeinen Zahlen anschauen zu Phantom und zwar ist das Projekt inzwischen fast unter die Top 40 der größten Altcoins, beziehungsweise Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gerutscht, momentan mit einer Marktkapitalisierung von 3,23 Milliarden US-Dollar, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass Phantom heute über 10% gestiegen ist, dementsprechend hatten wir gestern noch eine Marktkapitalisierung unter 3 Milliarden US-Dollar, dementsprechend also heute nochmal einen extremen Boost gehabt und vielleicht auch bald unter den Top 40 und weitaus höher, denn wir sehen natürlich ein großes Potenzial. Das Volumen von Phantom ist ebenfalls ziemlich hoch, wie man hier erkennen kann, Top 17 momentan, mit fast einer Milliarde US-Dollar in den letzten 24 Stunden damit sehr, sehr hoch gehandelt, muss man natürlich ganz klar sagen, im Gegensatz dazu, dass vergleichsweise der Coin mit Platz 41 der Marktkapitalisierung recht klein ist, wohingegen das Volumen aber schon sehr hoch ist und durchaus bei den größeren Projekten und auch bei den größeren Altcoins gerade mitspielt. Wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen nach unten gehen, können wir auch direkt erkennen, dass Phantom auf allen möglichen Börsen handelbar ist, hier Binance, Kraken beispielsweise, einiges, was man hier sehen kann, aber wir können jetzt natürlich hier auch noch zur Seite gehen, Gemini kann man hier alles erkennen, OKX. Worum es hier eigentlich aber geht, wollen wir nochmal hier unten schauen und zwar um die Token-Verteilung. Wir hatten nämlich hier zwei verschiedene Private Sales, um das ganze Projekt zu finanzieren, hat Phantom nämlich im Laufe der Zeit, ich glaube einmal um die 30% der Token verkauft für 400 Millionen US-Dollar, um das Ganze halt zu finanzieren. Und dementsprechend hier in den Private Sales hat einmal 25% genau und einmal 11% rausgegangen, das heißt über 30% eben für diese 400 Millionen US-Dollar an Liquidity, die sie quasi eingesammelt haben, um das Ganze zu realisieren. Dann natürlich hier die Block Rewards sehr hoch, die Advisors und Contributors, Strategic Reserve, die das Projekt hält und dann eben Seed und Public, Sale und Founders und Team. Momentan können wir sehen, das meiste an Umlaufvermögen hält hier tatsächlich Wales, wie das auch bei fast allen Altcoin-Projekten momentan der Fall ist, denn viele gehen natürlich davon aus, dass es langfristig gesehen einen enormen Pump gibt oder das Projekt langfristig gesehen unter, ich sage jetzt einfach mal, die Top 10 rutschen wird. Und dementsprechend ist es hier einfach meistens von Wales gehalten, sehen wir bei vielen Altcoin-Analysen auch bis jetzt bzw. haben wir schon gesehen. Ich glaube bei Flare war das der Fall, bei Chainlink war es noch etwas ausgeglichener, weil Chainlink natürlich auch schon ein Projekt ist, was deutlich länger existiert, aber alles in allem muss man sagen, die meisten Altcoin-Projekte haben schon über 70% Whale-Bestand. Dementsprechend also über 70% von Tokenholdern, die einen sehr großen Teil halten. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal vorgehen und uns anschauen, was genau ist Phantom bzw. macht Phantom und wie funktioniert Phantom. Jetzt wollen wir uns einfach nochmal anschauen, was genau ist Phantom bzw. was macht das Projekt und was macht das Projekt vor allem so besonders. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz und knackig an und als erstes muss man sagen, Phantom hat eine eigene Blockchain, die Opera-Blockchain. Dort wird es aber bald im Verlauf des Frühjahrs ein Update geben, deshalb ist auch ganz momentan so dieser viele Trubel um Phantom und die Währung steigt momentan entgegen der Bitcoin-Korrektur trotzdem weiter an, eben weil es bald dieses Sonic bzw. dieses Blockchain-Update eingeführt wird. Dazu aber gleich mehr. Erstmal wollen wir uns kurz anschauen und zwar ist Phantom sehr interessant, denn es ist kompatibel mit der Ethereum Virtual Machine und somit können neue Smart Contracts auf Phantom erstellt werden, aber es können auch bestehende Smart Contracts eben über Ethereum zum Beispiel genutzt werden bzw. sind damit kompatibel und sind interaktiv nutzbar. Das Ganze funktioniert über einen benutzerdefinierten, asynchronen, byzantinischen, fehlertoleranten Konsensmechanismus. Was das jetzt alles ist, werde ich nicht genau erklären, aber man muss dazu sagen, Phantom hat hier ihren eigenen Konsensmechanismus, das ist selten der Fall und dieser ist eben dafür da, um hier wie gesagt die Validierung schneller und kostengünstiger zu machen als beispielsweise Proof-of-Work- oder Proof-of-Stake-Systeme das machen. Für gewöhnlich oder meistens, zumindest bei den Projekten, die ich bis jetzt vorgestellt habe, funktioniert das Ganze über einen Proof-of-Stake-Mechanismus bzw. einen Konsensmechanismus und hier haben wir eben diesen ABFT-Mechanismus bzw. System oder Validierung und damit können halt Transaktionen deutlich schneller und deutlich günstiger abgeschlossen werden. Hier sieht man es nochmal, Transaktionen sind in Sekunden statt in Minuten möglich. Damit ist Phantom natürlich ebenfalls wie beispielsweise Chainlink oder auch Flare ein System, worüber sowohl die Apps als auch DeFi, also die Finance-Produkte, bildbar sind. Das bedeutet, wir haben hier wieder ein Toolset, aus dem dann solche Anwendungen gebaut werden können und damit macht es das einfach nur sehr interessant, dass Phantom beispielsweise sehr schnelle Abwicklung hat und natürlich damit nochmal eine eigene, ich sage jetzt mal from scratch gebildete Blockchain bzw. diesen Konsensmechanismus hat. Das hebt sie quasi von den anderen Projekten ab bzw. macht das Projekt besonders. Von der Funktion her oder der Funktionalität her, was das Projekt macht, sind wir eben im ähnlichen Bereich wie Chainlink oder beispielsweise Flare, die eben die Bildung oder Module für das Entwickeln von solchen DeFi-Apps bzw. De-Apps oder DeFi-Programmen anbieten. Und hier können wir einfach nochmal erkennen und zwar können mit De-Apps interagiert werden durch diesen Konsensmechanismus und diese können auch interagieren mit den verschiedenen Phantom-Blockchain-Netzwerken. Das bedeutet, jedes Projekt, was über das Phantom-Netzwerk gelauncht wird, hat seine eigene kleine Blockchain, aber jedes Projekt, was über das Phantom-Netzwerk gelauncht wird, kann auch miteinander interagieren, trotz einer unterschiedlichen Blockchain, das ist natürlich auch sehr interessant. Dementsprechend steht hier auch nochmal Phantom, bezeichnet seine Plattform manchmal als ein Netzwerk von Netzwerken, weil eben jedes Projekt ein einzelnes Netzwerk hat, was aber wiederum mit den anderen Netzwerken verbunden ist. Also hat man so ein riesiges Netz aus Netzwerken eben. Wenn wir hier nochmal weiter nach unten gehen, kann man hier nochmal sehen, was die Fakten sind zum dezentralisierten Finanzsystem von Phantom, also zu der DeFi-Anwendung. Und zwar kann man F-Mint nehmen, um F-USD zu prägen und das ist eben sehr interessant, denn sie haben einen Stablecoin F-USD auf der Plattform. Dieser kann beispielsweise gegen Phantom getauscht werden, also FTM, den Token der Plattform. Aber ganz normal kann das auch genutzt werden für andere Sachen, wie beispielsweise hier mit dem F-Swap können damit in andere synthetische Währungen getauscht werden, wie beispielsweise FBTC und F-Eth. Das sind dann eben einfach synthetische Token, die in dem gleichen Preis, sind mir also in dem gleichen Preis wie Bitcoin und Ethereum quasi verlaufen, nur eben nicht Bitcoin und Ethereum sind, sondern eben der synthetische Token auf der Phantom-Blockchain. Und mit F-Land können eben Zinsen verdient werden, indem FTM und F-USD an das Phantom-Liquiditätspool verliehen werden. Das ist natürlich auch sehr interessant. DeFi-Apps oder DeFi-Anwendungen gibt es ja auch in den meisten anderen Projekten, die so als Baukasten, sage ich jetzt mal, für gewisse Entwickler dienen. Aber man muss natürlich hier ganz klar sagen, auch sehr interessant, vor allem eben mit dem neuen Konsensmechanismus. Was wir hier noch erkennen können, ist eben, dass einfach Phantom die Module bereitstellt, die für die Entwickler miteinander verknüpft werden können, um dann halt ihre Anwendungen zu bilden. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und dementsprechend ist es halt auch nochmal sehr interessant, dass dieses kostengünstig ist und eben auf der Phantom-Smart-Contract-Plattform zusammengestellt wird. Dementsprechend auch nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, Phantom macht eigene Smart-Contracts. Das heißt, eigene Smart-Contracts können erstellt werden, aber es können auch durchaus Smart-Contracts beispielsweise von Ethereum genutzt werden, die damit dann kompatibel sind. Was wir hier unten nochmal lesen können, ist, Phantom sagt, dass ein ABFT-Konsensprotokoll volle Sicherheit und Dezentralisierung bietet und gleichzeitig eine viel höhere Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigere Kosten unterstützt. Das ist eben gerade sehr interessant, weil eben dieser Konsensmechanismus von ihnen neu erstellt oder entwickelt wurde und eben nicht ein typischer Proof-of-Stake- oder Proof-of-Work-Konsensmechanismus übernommen wurde. Jetzt wollen wir nochmal vorgehen auf die Website, uns die kurz anschauen. Und zwar gibt es hier typischerweise, das kennen wir, das sieht schon ähnlich aus wie bei Flare oder beispielsweise bei Chainlink. Man hat hier einfach für Developer, für das Netzwerk, die verschiedenen Funktionen bei Developern. Wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen runtergehen, können wir auch nochmal typische Fakten lesen, und zwar Transaction Cost less than 0,01 Dollar, also weniger als 1 Cent pro Transaktion. Dann hier natürlich Truly Decentralized, also man kann es von überall ohne Restrictions accessen. Und natürlich hier Staking Rewards, man kann die Währung, also FTM, ebenfalls staken, um weitere zu erhalten. Das Ganze kann natürlich noch weiter genutzt werden, eben wie gesagt in DeFi-Anwendungen, die Apps und so weiter. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen, und das ist natürlich jetzt nochmal sehr wichtig, und da geht es natürlich sehr darum, warum jetzt Phantom in den letzten Tagen, beziehungsweise Wochen so stark gestiegen ist, und vor allem, warum Phantom es schafft, nicht weiterzufallen, obwohl wir eine Bitcoin-Korrektur sehen, sondern im Gegenteil weiterzusteigen. Phantom ist heute extrem wieder gestiegen, plus 3% ist vor allem am gestrigen Tag gestiegen, wollen wir uns aber gleich in den Charts nochmal anschauen, und das ist Sonic. Und zwar ist Sonic einfach nochmal dafür da, die Scalability von Phantom deutlich zu vergrößern und ist ein Update für die momentane Blockchain von Phantom. Trotzdem ist kein Hardfrog nötig, um das zu machen. Das bedeutet, es ist zum einen einfach so kompatibel und es ist zum anderen ebenfalls kompatibel mit der Opera-Blockchain. Das bedeutet, Leute, die das quasi noch nicht gemacht haben, können trotzdem noch ihre Sachen und ihre Smart Contracts quasi damit nutzen. Dann können wir hier beispielsweise sehen, der Throughput wurde erneut vergrößert. Es sind über 2000 Transactions pro Sekunde möglich. Das ist natürlich extrem schnell. Und was eben auch noch sehr interessant in dem Update ist, ist, dass die Storage, die für das Netzwerk benötigt wird, um bis zu 90% reduziert wird. Das bedeutet, das Netzwerk wird einfach deutlich leichter. Während es deutlich skalierbarer ist, im Sinne von größer werden, ist es deutlich weniger, ich sage jetzt mal, deutlich weniger aufwendig, das Netzwerk zu hosten. Und das ist natürlich schon sehr interessant, gerade für die Leute, die das Netzwerk hosten. Hier unten können wir uns auch nochmal durchlesen. Ich weiß nicht genau, wo es stand. Es müsste hier gestanden haben. Und zwar einmal hier, Existing Smart Contracts, Services and Tools on Phantom Opera, also der momentan bestehenden Blockchain, should be fully compatible with the mainnet Phantom Sonic. Das bedeutet, auch nach dem Update sind natürlich alle Sachen noch bis jetzt komplett nutzbar. Es bleibt nichts aus. Es wird immer noch alles nutzbar sein, so lange, beziehungsweise sobald das Update kommt. Und es ist ebenfalls interessant, dass essentially, it is the next iteration of the Phantom Network with no hard fork required for the update. Das ist natürlich auch interessant. So ist nochmal ein deutlich geringerer Aufwand nötig, um das Update letztendlich durchzuführen. Wann das Ganze kommt, haben sie nicht genau gesagt. Das kann man hier auch sehen. When does the Sonic mainnet release? Und zwar sieht man hier, Dementsprechend also momentan in ein paar Wochen eventuell. Und darauf setzen auch die meisten wahrscheinlich momentan mit ihren Kursspekulationen aus. Denn wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen das sehen. Der Frühling ist bald über. Dementsprechend werden wir jetzt hier, ich denke mal im Laufe vom März, April, vielleicht Mai, hier eben das, den Go Live vom Sonic Network sehen. Und das wäre natürlich sehr interessant und hat sich auch bis jetzt auch dementsprechend auf den Kurs ausgewirkt. Und dementsprechend wollen wir nochmal vorgehen in die Charts und uns anschauen, was jetzt kursmäßig und preismäßig bei der Währung FTM drin ist. Hier in den Charts angekommen, können wir auch schon direkt erkennen, wir starten auf dem Weekly Chart. Und was können wir als erstes sehen? Wir haben hier extreme Liquidity. Das heißt, wir können schon mal erwarten, dass falls man bei so einem Preis hier gekauft hat, ich sage jetzt mal bei 50 Cent pro FTM, dann wird man hier nicht mehr ins Minus gehen, so sehe ich das. Wir sind bei einem deutlich höheren Preis pro FTM gestartet. Hier zumindest war das bei Bitstamp, der Fall bei ungefähr 3 Dollar, sind momentan bei einem Dollar 13. Man muss aber natürlich ganz klar sagen, das war auch im Januar 2022, wo wir eben voll im Bullenmarkt waren. Die meisten Coins, beziehungsweise eigentlich alle Altcoins, sind momentan noch nicht auf dem Stand, wo sie im letzten Bullenmarkt waren. Dementsprechend also ein ganz natürlicher Preisverlauf. Hier gerade sehr schön zu sehen, dass wir hier so stark pumpen. Und wir haben hier eben diese riesige Volumenzone, die sich hier durch diese Seitwärtsbewegung ergeben hat. Und dementsprechend kann man sicher sein, dass wenn wir eine Korrektur haben, ich würde sagen, wir werden sie höchstens in diesem Bereich hier haben. Also allerhöchstens Richtung 50 Cent werden wir eine Korrektur sehen. Dementsprechend muss ich auch schon hier das erste Pattern anmerken. Und zwar, wenn man sich das mal hier in größer anschaut, können wir hier schon sehr schön ein W-Pattern erkennen mit dem Kurs. Und damit würden wir auch unser erstes Breakout-Target sehen. Und zwar würde sich dieses bei dem vorherigen Preis hier befinden. Und zwar bei 3,40 Dollar. Das wäre vom momentanen Zeitpunkt aus eine Verdreifachung des Kurses. Das bedeutet, 300x werden wir auf jeden Fall im nächsten Bullenmarkt, wenn Bitcoin den nächsten Bullenmarkt startet, hier mit dem Phantom-Kurs erreichen. Vor allem, wenn das Mainnet dann launcht, das Sonic Mainnet, dann wird es natürlich nochmal sehr interessant, wenn dann nochmal so etwas wie beispielsweise der Transaction-Speed deutlich reduziert wird und eben diese Skalierbarkeit auch nochmal deutlich größer ist. Und dann werden wir erstmal in diesen Preisbereich gehen. Das bedeutet, mein erstes Preisziel für Phantom wären hier die 3,40 Dollar. Darüber hinaus, müssen wir natürlich ganz klar sagen, ist die Marktkapitalisierung von Phantom momentan noch extrem niedrig. Das bedeutet, wenn man davon ausgeht, dass eine Kryptowährung oder ein Kryptoprojekt, was beispielsweise seinen eigenen Konsensmechanismus hat, was sich sehr von anderen abhebt, also kein normales Proof-of-Stake, wie wir das so oft gesehen haben, dass wir hier durchaus in einen Bereich können, wo es vielleicht sein kann, dass wir an den Top 10 der Kryptowährung kratzen, dann würde ich mir durchaus vorstellen können, dass wir mit dem Phantom-Preis so irgendwo Richtung 9 bis 10 US-Dollar gehen. Das wäre vom momentanen Zeitpunkt aus ein 10x beziehungsweise fast 10x mit dem Kurs und das fände ich schon sehr interessant. Aber ich muss auch sagen, ich halte das hier, das Breakout-Target, unten für 100% realistisch, während das hier oben natürlich dann gucken wir, müssen wir sehr schauen, wie hoch wir tatsächlich mit den Altcoins gehen, wenn Altseason ist im Verlauf des nächsten Bullenmarktes, ob sich dann dann Phantom tatsächlich hier herauskristallisiert als eines der guten Projekte. Ich habe auch schon bei vielen YouTubern beziehungsweise bei vielen Fans auch gesehen, dass Phantom anscheinend eine Währung ist, die schon deutlich viele Leute interessiert und somit gesehen ist es natürlich wichtig, denn wenn viele Leute dort einsteigen, dann wird der Preis gezwungenermaßen steigen. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal vorgehen auf den Date-Chart, denn auf dem Date-Chart können wir auch erkennen, haben wir hier eine wichtige Resistance hinter uns gelassen, hier bei ungefähr, ja bei momentanen Preis befinden wir uns hier so bei 96 Cent ungefähr, das bedeutet, falls wir hier nach unten hin ausbrechen sollten, das heißt nicht über diese Widerstandslinie hier kommen sollten, dann werden wir wahrscheinlich erstmal mit dem Preis ungefähr hier hinfallen, zu den 98, 97, 96 Cent irgendwo auf diese Linie und dann kommt es natürlich dann darauf an, ob wir hier nach unten hin durchfallen oder ob wir tatsächlich weiter bouncen und hier nach oben hin ausbrechen, das bedeutet, ob wir jetzt so ein Szenario haben, was dann hier weiter nach unten geht oder ob wir so ein Szenario haben, wo wir dann hier nach oben hin wegbouncen und es Richtung nach aufwärts geht. Das Ganze ist natürlich auch etwas abhängig vom Bitcoin-Kurs, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, wir haben jetzt gesehen, dass Phantom gar nicht so abhängig ist vom Bitcoin-Kurs, denn wie gesagt, Phantom ist momentan weiter am steigen, wir haben hier eine Steigerung gesehen, seit dem 16. März beispielsweise, deutlich abverkauft worden mit dem Bitcoin-Preis und dementsprechend kann man hier schon sehen, dass sich hier Phantom deutlich entkoppelt hat, gerade einfach wegen des wichtigen Updates, was jetzt ansteht und dementsprechend, Leute, müssen wir das auf jeden Fall mal im Auge behalten. Behaltet definitiv mal diese 3,40 Dollar hier im Auge, ich denke, die könnten wir recht schnell erreichen, vor allem, wenn das Update live geht und wir haben eben einfach super viel Support hier auch unter uns mit dem gehandelten Volumen und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir recht schnell in Richtung 3,40 Dollar mit dem Phantom-Preis pumpen werden beziehungsweise im Verlauf des Bullenmarktes vielleicht sogar an den 10 US-Dollar kratzen werden. Und in diesem Sinne, Leute, war es das mit der Coin-Prediction, falls es euch wie mal gefällt, lasst gerne ein Like oder ein Abonnenten oder kommentiert auch gerne mal, was euch an dem Video gefallen hat, was wir vielleicht noch anders machen können und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns zum Video morgen wieder, bis dann, Leute, ciao.